So! Moin, herzlich willkommen zu Let's Bay! Ultimate NES Remix! Ich hab's irgendwie drauf, seit drei Parts die richtigen Namen mal wieder zu sagen. Ist unglaublich, oder? Im letzten Part haben wir die 16... äh, die 15. Runde gemacht und die 16. auch. Äh, äh, die 14. und 15. Runde, so rum. Ähm, und ja. Ich würd sagen, wir sind soweit fast fertig. Ich muss kurz mal schauen. 16, 16. Hier haben wir die 16 noch nicht gemacht. Okay. So, dann würd ich sagen, machen wir weiter mit Nummer 16 hier. Die Farben ändern sich. Eliminäre alle Viren. Oh Gott, wie wird Dr. Mario, ey. So, ist das ein Virus oder sind das Tausenden? What the fuck? Alle! Okay. Sehr schön. Aber das Tolle ist ja auch, äh, die Farben ändern sich. Das ist eigentlich nicht so toll, ich weiß, aber gut. Toll und toll, ne? Ich weiß. Ich muss kurz überlegen, wie wir's am besten jetzt machen hier. Nein! Ich hab's verkackt! Ja, ich hab's verkackt, glaub ich, ey. Oh, Goddammit! Was geht hier ab, ey? So, er wird blau oder sowas, ey. Das ist mir egal. So, blau und abwärts mit dem Scheiß hier. So, rot. Dann brauchen wir blau wieder. Na, gelb ist scheiße, das ist ganz klar. Aber das können wir auch so rummachen. Dann können wir nämlich zwei mehr, zwei gleichzeitig ausrotten hier. Das ist gut. So, den weg hier. Nein! Oh Gott, ich dachte grad, ey. Oh, ich hatte grad nochmal Schiss, ey. Okay, den haben wir auch. Den auch. Juhu, das muss ich wieder... Ganz rüber da. So. Das weg. Und den weg. Wenn wir Glück haben, schaff ich das noch, den wegzuräumen da unten. Das ist gut. Das bringt mir blau gar nichts. Das ist schön. So, den haben wir auch wieder frei. Ich muss es hier oben mal gräumen, aber... Das nervt mich gerade wie Sau da oben. So, zack. Kurz warten, das ist wieder vertauscht worden. Deswegen mach ich das so rum, dann löscht ich das blau dort mit aus. Ich hab mich viel zu lange damit aufgehalten, kann es sein. Naja, ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll jetzt grad hier. Ich hab keinen Plan, was ich jetzt hier machen soll mit dem Scheiß gerade. So, zack. Geh mal weg hier. Zack, blau, reinig. Weg mit dem Scheiß. Wechsel die Farben bitte wieder. Danke. Warum mach ich das jetzt gerade hier eigentlich? Ich bin ein Idiot wieder. Okay, zack. Jetzt muss ich kurz warten wieder. Ich glaub, das ist der Blau da unten. So, das ist Gelb auf jeden Fall wieder frei. Zack, abwärts. Dann wird das Gelbe auch weggeräumt weggeräumt da unten endlich. Gott, ich hab viel zu lange dafür gebraucht. Das ist kacke. So, zack. Und zack, der ist weg. So, den weg. Und das ist auch weg. So. Hier kommt der Sache auf die Valiere jetzt hier. Na, oh, ich hasse das, ey. Ich hasse das, ey. Okay, dann haben wir Glück gehabt nochmal. So, das ist weg. Weg. Das weg. Okay, das haben wir das Gelbe weg. Ich weiß. Aber jetzt müssen wir warten einmal. So. Dann haben wir den Roten auch weg. Den Scheiß jetzt hier. Kurz so rummachen. Und runter. Genau, ich wollte sagen, es müsste jetzt noch das Blaue sein, wenn wir es geschafft. So, ich werde sagen, das sind zwei Sterne maximal. Ähm, Scheiß drauf. Drei Minuten. Ja, war klar. Oh Gott, ey. Wir waren so schlecht, ey. Scheiß egal. Das hat echt lange gedauert. So, 16. So, Mario Brothers hat das nächste, ne? Wir sind bei 16 jetzt, ne? Ja, wir sind bei 16. So, besiege den Gegner, bevor die Zeit abläuft. Im Prinzip ist es egal. Ich sagte euch ja bereits, ich werde es probieren, die drei Sterne zum Bild zu kommen. Ja, ich treffe die nicht. So, zack. Aber wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Ich muss halt schauen. Ich will eigentlich im Prinzip, dass wir alle Herausforderungen machen. Ja, toll. Das war schön. Mhh. Okay, dann haben wir. Und du auch jetzt. So, tschüss. So, was jetzt? Besiege drei Gegner, bevor die Zeit abläuft. Aufpassen. Okay. Ich muss warten. So, zack. Tschüss. Haben wir. Jut, jut, jut. Machen wir das auch. Wie gesagt, ich probiere es nachher nochmal mit euch, das zu wiederholen. Wenn wir die Sachen, die wir jetzt noch zwei Sterne haben, werden wir dann wiederholen nochmal. Aber wenn es nicht klappt, dann mal schauen. Vielleicht mache ich das Ostgün und dann machen wir die andere Herausforderung. Dann mal gucken. Ich weiß noch nicht ganz genau. So, 16. Ich bin dringend ein zerstrecktes Entgegners vor. Ein Bonus-Ding. Und das ist das Ding schon wieder. Okay. Aufpassen. Dass sie diese Wabbeldinger mich nicht belästigen. Aber brauchen wir den? Ich nehme jetzt auch mal mit. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob wir die überhaupt brauchten. Ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht, wo wir überhaupt hin sollen hier. Achso, ob das jetzt andere oder? Ich bin gerade irritiert. Ich habe keine Ahnung. Mich ist jetzt ganz verarschend, oder was? Boah, jetzt aber. Meine Fresse. Was ist das denn jetzt gerade, ey? Ja, ich habe nur zwei Leben. Was zur Hölle, ey? Oh, ich drehe durch. Ich kann mal. Hä? Ja, ich sterbe gerade. Das ist schön. Jetzt fängt er schon mal an zu legen, oder was? Oh, jetzt leckt das Spiel aber krass. Das geht. Okay, ich dachte. Oh Gott, ey. Ich dachte, wir müssen sie jetzt auch mal besiegen, ey. 55,5. Drei Sterne. 642. Ich weiß halt jetzt auch nicht, ob wir noch was freischalten später. Nach dem jetzigen. Denn wir haben ja Bodens im Prinzip ja schon freigeschaltet. Ich weiß es nicht gerade. Das ist halt das Problem. So, was kommt als nächstes? So, das letzte von Mario Bros. 3. Lasst Bowser als Frosch Mario durch den Boden fallen, okay? Das ist der finale Kampf mit Mario Bros. 3. Da müssen wir eigentlich nur... Naja, nur und nur. Aufpassen, dass wir jetzt hier nicht erwischt werden. Aufpassen. Jetzt jumpt er wieder hoch. Und wir hier... Warte, kurz warten hier. Okay, da trifft er mich irgendwie nicht. Hä, wieso zur Hölle ist er jetzt behindertgesprungen? What the fuck, ey. Alter, was geht bei der Abbaus, ey? Nein, ich habe ihn treffen lassen. Fuck. Okay, das machen wir jetzt ganz hinten. Ich werde jetzt hier warten. So, kurz warten. Was müssen wir hier machen? Ich weiß, es ist riskant so weit vorne vor allen Dingen. So, zack. Jetzt werde ich wieder hier stehen. In der Mitte vor allen Dingen. Er hat zwar wieder gedreht. Ey, Arschloch, ey. Oh Gott, was macht er denn hier? Ist das behindert, dem zu spielen? Er sagt, tschüss, das war's. Gewonnen. Eigentlich ist es kein so schwerer Kampf, aber... Naja, hab's gesehen grad. Kurz warten. Ja, es ist behindert, ich weiß. Egal. Wir haben's geschafft. Scheiß drauf. Ah, 46. Fünf. Drei Sterne. 645. Also über 700 gibt's auf jeden Fall, aber... Ich weiß nicht genau, wie viele. So. Haben wir tatsächlich alles fertig, ne? Dann gibt's ja tatsächlich nur noch zwei Spiele. Mario... Also Zelda gibt's jetzt noch. Und Mario Bros. gibt's noch. Und sonst haben wir alles durch von den normalen Spielen auf jeden Fall. So, okay. Er reicht jetzt automatisch das Ziel mit dem Turbo. Mit dem automatischen Turbo. So, schau. Ja, kommt auch noch irgendwie hier in der Nesse. Okay. Ich muss immer aufpassen. Ich glaub, mein Auto fährt... Mein Motorrad fährt in die Luft, wenn ich die Turbos erreiche. Kann das sein? Ich hab keinen Plan. Aufpassen. Wir gehen jetzt wieder runter. War klar. Ich hab schon mit gerechnet, dass das unten ist. Aufpassen. Dann gehen wir wieder nach ganz oben. Okay. Ja, klasse. 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 Overhits. Äh, ja. Das Ding gibt Vollgas. Ich hab's verkackt, weil die Zeit jetzt nicht mehr lang wird. Ja. Wir haben's nicht geschafft. Die Zeit ist auch gelaufen. Fuck. Haben wir da ein Leben? Ich glaub, ja. Kann das sein. Ich hab's nicht drauf geachtet. Wir haben kein... Wir haben kein Leben. Also wenn wir es verkacken, verkacken wir es auch wirklich. Ich wollt grad sagen, diesmal müsste es oben sein. Ich mein, jetzt war's wieder in der Mitte. Okay, haben wir. Ich kann auch gar kein Gas geben. Das macht er alleine. Ich glaub, ich hab's auch gerade gemerkt. Das hört sich ja immer nur wegwürdig an. Ey, ohne Scheiß. So, haben wir erreicht noch. So, jetzt haben wir abbremsen lassen. Scheiße. Boah, das war knapp, ey. Okay, haben wir erreicht. Oh, fuck. Abbremsen lassen. Scheiße. Okay, haben wir erreicht. Zehn, neun, acht, sieben, sechs. Aber wir haben's geschafft. Sehr gut. Puh, das war nicht leicht. 48, neun. Aber drei Sterne mit Regenbogen sogar. 648. Ich bin gespannt echt, ob da noch irgendwas zukommt. Ich weiß das ehrlich nicht. Keine Ahnung. So, 17. Rettet das holde Fräulein. Okay. Du hast dir als Link schon wieder. What the hell, ey. Okay. Ich kann sagen, jetzt müssen die gamle Geflamme zu mir kommen. Können wir das Feuer mal verarschen hier ein bisschen. Dann gibt's kein Feuer hier oben spoten. Das ist mir egal. Dann können wir nämlich hier oben alles ganz drüber ausmachen. Ohne irgendwelche Probleme. Das Problem wird einfach nur sein. Ich hab's gemerkt schon. Das Problem, obwohl nur gar nicht wahr ist, kein Problem. Alles cool. Jetzt kommt er nämlich nicht mehr rüber. Und jetzt kann ich ganz in Ruhe hier rüber laufen, ohne dass mir was passiert. Okay, alles gut. Alles cool. Wir haben's. Haha, wir haben dich besiegt. Haben wir gewonnen. Haben wir gewonnen. Nee, 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 nee. Arschloch. Oh yeah. So, das haben wir. Da, 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 da. Da, oh. 36, 37. Drei Sterne. Plus Regenbogen. 651. Und es ist noch nichts freigeschaltet worden. Wieder. Okay, Bonus. Das nächste. 17. Siege. Oh nein. Nein. Oh nein. Oh, nicht bitte nicht. Oh, komm schon. Oh, ist ja die Klasse schon. Was soll ich? Warum muss immer diese Scheiße kommen hier? Okay. Ich muss sagen. Ich stelle mich gar nicht so dumm an, gerade. Mal aufpassen. Eins, zwei. Ja, zwingend am Boden. Tolle Sache. Der Siege heißt es. Ich muss ihn wirklich ganz kaputt schlagen. Aufpassen. Immer auf die Fresse. Und wieder. Zack, zack, zack. Auf die Schnauze. Auf die Fresse. Und immer. Okay. Wer sich davon treffen lässt. Haben wir Lust, ey. Okay. Okay, nochmal. Okay, jetzt haben wir ihn. Okay, er ist am Boden. Er ist jetzt besiegt, oder? What the fuck? Wie weit ist denn geflogen, Alter? Nein, er steht wieder auf. Oh, komm schon. Ja, toll. Okay, ich merke die Problematik wieder. Ich weiß, was das Problem werden wird hier. Glass shoulder super homo. Ernst im Ernst, ey. Guckt euch an, ey. Ja, was zur Hölle? Dein Ernst, oder was? Wow. Wow. Ich hab keinen Plan, wie ich mal Superschlag-Kavier mache. Ich hab ewig nicht gespielt, das Spiel. Ausweichen. Ja, was zur Hölle? Hey, wie viel Leben will ich da durch? Ausweichen. Immer ausweichen. Okay. Ja, ich krieg das. What the fuck? Ich will auf Neustart. So. Oh mein Gott, ist das ein Scheiß-Spiel, ey. Ich hab ganz genau... Ich weiß ganz genau, was ich hier spiele, ich mag. Ja, das ist schon scheiße. Weil ein Treffer, von dem wir komplett alle leben. Das ist so behindert. Das ist richtig kacke, ey. Das ist richtig behindert, ey. Vor allen Dingen, ich glaub, dass noch mehr von dem Scheiß kommt. Ja. Komm schon. Och, meine Fresse, ist das wie eine Kacke, ey. Okay. Boah. Immer durfter. Okay, ja, mit einer Runde... Mein Gott! Halt's Maul, ey. So. Okay. 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 Aufpassen. Und wieder auf die Schnauze. Okay, erst mal am Boden. Einmal auf jeden Fall. Flieg mal ein bisschen schneller da. Aber wir brauchen mehr als eine Runde dafür. Ja, wow. Sechs oder was? So. Okay. Och, nein. Och, komm schon. Ey, das ist doch voll behindert. Ich mag das Spiel überhaupt nicht, ey. Das ist richtig krass. Ich mag das kein Stück. Ich hasse dieses Spiel, ey. Das ist auch schon scheiße, wenn man sich am Anfang hier treffen lässt. Das ist so behindert. Ey, ich dreh durch. Dieses Spiel macht mich einfach nur aggressiv. So, nochmal. So, jetzt aber. Okay. Okay, nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Auf die Schnauze. Ja, ganz bestimmt komme ich zu dir. Hättest du gerne was? Hättest du gerne, du Arschgesicht. Arschgesicht, ich mag dich nicht. Ja. Ey, das Spiel ist einfach nur Dreck. Okay, wollen wir mal loslegen, ne? Da wollen wir ihn mal ein bisschen ärgern. Ein bisschen zusammenschlagen. Ich war darauf, dass er was macht. Bestimmt das gerade. Aber irgendwie hat er kein... So, am Boden. So. Das war mein Plan. Ich wollte ihn einfach Boden schlagen. Das hat geklappt sogar. Unglaublich. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Wunderbar. Hat auch geklappt. Meine Fresse. Arschloch, ey. Halte. Ich muss ehrlich zugeben, jetzt. Ich nehme mir das nach diesem regulären Part auf. Aber ich schneide das jetzt damit rein. Weil ich habe für diesen Kampf wirklich den ganzen Part gebraucht. Also fast den ganzen Part. Fast 15 Minuten habe ich hier gekämpft. Der Part wird jetzt Kötter dadurch werden. Und wir haben es geschafft. Das ist so ein Scheißkampf. Ganz im Ernst. Es tut mir leid, dass ich das jetzt auch sage. Aber wir haben es geschafft. So. Ist mir auch egal. Wir haben es gemacht. So. Jetzt haben wir nur fünf Minuten Zeit, was anderes hier zu machen. Das heißt, wir machen mit Mario. Mit Mario weiter. So. Betritt die Röhre. Alter. Was ne Scheiße. Ganz im Ernst, ey. Was ne Scheiße. Also die Röhre da oben, oder was? Ja. Anscheinend welche sonst. Das gibt ja keine andere, ne? Ha. Welche sonst? Betritt die Röhre. So. Das heißt zumindest, wenn ich diesen Part zusammen schnibbel nachher, dass ich daran denken muss, dass ich den Rest des Partes, des regulären Partes, den ich habe, dass ich den ein bisschen verändere und das Ende für diesen Part da reinfüge. Das alternative Ende. Sagen wir mal so. Vielleicht, wenn ich auch Bock habe, lasse ich das drinnen. Ich weiß es doch. What the fuck? Okay, das war zweimal sehr knapp. Gib mir zu, das war zweimal sehr, sehr knapp. Oi, 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 oi. Wow. Gut, wir haben es. So, gut. 30, 8. Wollen wir vielleicht schneiden? Wollen wir mal gucken. Weiß noch nicht genau. Aber es hat wirklich... Ich habe wirklich lange... Ich habe keinen Plan gehabt, wie es funktioniert. Ich musste wirklich sogar sagen. Ich habe ausgültig kurz nachgeschaut und habe geguckt, wie geht das überhaupt? So. Wir haben alles sonst hier gemacht. Das ist noch Zelda, ne? Hol das siebte Triforce-Fragment. Das sind sechs... Was? Sechs Dinger? Okay, das war Nummer eins. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt gegen den letzten Boss hier kämpfen werden. Wobei ich aber ehrlich sagen muss, ich habe keinen Plan, wie der funktioniert. Ich habe keinen Plan, wie der funktioniert. Das sieht aus wie Pac-Man da oben, ohne Scheiße, ey. Ich habe gar nicht gemerkt. Das sieht aus wie Pac-Man, aber wie so ein Drache, ey. Keinen Plan. So, ich finde den versteckten Eingang. Ich vermute, dass er entweder hier ist. Oh, wow. Ich habe sogar recht. Wow. So, hol das achte Triforce-Fragment. Das war natürlich schön, dass ich mich am Anfang treffen lassen habe. Ja, ich bleibe zu schnell. Das ist mir auch egal. Was soll ich? Ich werde nicht mehr getroffen. Das geht. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt irgendwas treffe da gerade. Weil der Schaden nicht angezeigt wäre. Das ist halt das Problem gerade. Ja, mein Gott. Ist das dein Ernst jetzt gerade hier? Aber wir haben es. So, meine Fresse. Scheiß auf das Herzding. Ist mir jetzt egal. Will ich nicht haben. So. Geschafft. Also wenn es wirklich der letzte Final-Boss ist. Ich habe keinen Plan, wie das funktioniert. Ich habe echt keine Ahnung. Da finde ich den versteckten Eingang. Wo bin ich denn jetzt gerade? Ist wahrscheinlich entweder hier. Oder hier. Oder hier. Oder hier. Hier oder hier ist es sogar tatsächlich, ey. Wow. Oder hier. Ich habe ihn sogar tatsächlich gefunden, ey. So. Hol dir die Silberpfeile. So. Kurz mal alle besiegen hier. Jetzt muss ich die anderen Arschläger besiegen, ne? Ja. Kurz warten. So. Da haben wir. Hä? Ach so. Oh. Okay. Ich wollte gerade sagen. So was habe ich jetzt eigentlich gerade benutzt. Ich habe entweder die Fee benutzt gerade. Oder ich habe keinen Plan, was ich da gerade gemacht habe. Ich weiß es echt nicht. So. Können wir weiter jetzt hier bitte? Danke. So. Zack. Das Gute ist, wir haben keinen Leben verloren Besitz hierhin. So. Brette, Prinzessin, Zelda. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Vor allem, was ich hier mache. Hä? Was denn? Hä? Wieso habe ich jetzt einen Leben verloren? What the fuck? Ach so. Ich glaube, ich habe keine Pfeile mehr gehabt. Kann das sein? Ich habe keine Pfeile mehr gehabt. Kann das sein? Ja, tatsächlich. Ich habe keine Pfeile mehr. Ich muss ihn aber mit dem Pfeile, glaube ich, einmal treffen. Ich habe keine Pfeile. Ich weiß nicht, wo er ist. Ohne Scheiße. Ich weiß echt nicht, wo er ist. Kann ich... Ja, das kann ich wahrscheinlich nicht öffnen. Ich habe keinen Plan, ey. Das wäre ein Spaß. Das wäre ein Spaß, wenn ihr noch. So. Ach so. Ach so. Oh, ich... Okay. Ich habe es gescheckt. Okay. Ich muss ihn, glaube ich, einmal mit dem Schwert treffen. Kann das sein? Nein. Nein. Ich habe daneben geschossen. Oh, please. Come on. Oh, God damn it. Ja, wir machen es einmal jetzt zu Ende. Ich will auch mal kurz wissen, ob das wirklich so geht. Wenn nicht, wenn es so ist, werden wir es nochmal wiederholen. Klar. Ich habe keinen Plan. Ich muss erst mal auskriegen, wo überhaupt ist immer. Hallo. Diese Kugel, ey. Ey, ich habe kein... Kann ich mal treffen, was wieder? Hallo. Da hast du ja wieder. Okay. Ja, komm. Ich glaube, mal so im Allgemeinen ist das Ding nicht schwer. Also gerne, wie er in dem Spiel. Nehme ich jetzt halt... Okay, wir haben es geschafft. Okay, wir haben das Gefühl bekommen. So, müsste es rauslaufen oder was? Ja, anscheinend schon. Aber das werde ich definitiv im nächsten Part nochmal wiederholen hier. Und das werden wir dann... Aber ich denke mal, ich werde so weit spielen, dass wir direkt hier schon am Ende sind von dem Ding hier. Denn ich weiß, dass ich jetzt noch einen Stern bekommen werde. Ja, wir haben es. Ja, das war es dann. Okay. Wo ist das denn bitte so schwer? Check ich jetzt nicht. So, Leute. Ich werde den Partner jetzt an dieser Stelle beenden. Und im nächsten Part... Werden wir hier bei Zeit nochmal wiederholen. Und dann hören wir uns dann wieder. Bis zum nächsten Mal. Und... Ciao.